es stimmt allerdings ist auch nicht schlecht ne ok verteidigung kings row verteidigen ok naja dann willst du Symmetra machen oder also jetzt toll sie suchen lassen auf der anderen seite haben wir getauscht ich glaube ja kommt ihr noch das licht fragen beantworten wie ich die asklepius kliniken keine ahnung was sind die denn wir nehmen bernaudi oder buch adh an adh oder was an der havel guck mal komm mal nach vorne das wär sehr gut dann gehe dann gehe sniper sieht nicht so aus ob da oben einer drinnen wo sind die denn ok da will jetzt der reaper oben nach oben oder wo sind das jedoch nicht sah nur so auskommt hat die männer untergeschossen ist tot sehr gut gut gemacht ja das war gut das ist ja ich gut gemacht geil das sieht so cool aus da oben da ist ein soldier oben na fahrer ist gerade oben der haut wieder runter ab boah fuck ok ok achso wir haben noch gar kein ulti ich mache so gar kein schaden gerade weil die alle alle so weit vorne alles halten jetzt jetzt so nein nein ha, hohohohohohohoho die künst der täuschung ich werde dich schon oh oh,oh,oh schön weg ja es ist sehr schön eine anna ja die haben eine links macht jemand meine fahrer ist hinten drin ja die fahrer sind drin er ist Ja, nice. Okay, cool. Oh, fuck. Die Dinger gerade alle und die Streitfurt auf den Boden. Ach so. Oh, Fahrer wieder, ey. Wieder da hinten? Nee, sie ist aber auf dem Weg. Alter. Echt? Aber die war nicht gut platziert, ey. Ja. Schon wieder einer? Ja. Hab ich da hingestellt. Nice, wa? Ja. Achtung, da ist der Reaper von hinten. Oh, 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 der hat mich. Ah, shit, der hat mich auch. Ich hatte da drüben keine Türme mehr. Mist, ey. Stimmt, stimmt. Und da steht noch. What? Ja. Ja. Boah, ich bin tot. Nein. Hast du noch Gold bereit? Nee, ne? Nee. Schade. Alter. Die war jetzt tot. Nice, sehr gut. Sehr, 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 sehr schön. Ah, ja. Was? Nice. Geil. Ja, da ist man hinterher und hat dann, hat dann auf den Haas gehauen. Ja. Und da war's. Was regt der sich denn so auf? Mein Gott. Genau. Soll ich Max jetzt mal recken? Lass... Na, wenn du willst, dass er Staub saugt. Wenn's nur darum geht. Ja, aber ich will auch nicht wischen. Aber ich muss wischen. Jetzt noch? Na klar. Noch ein Ende, hallo? Machen Sie sich vielleicht zum Angriff. Party an. Party an. Party an mit dem Staubsauger und Wische. Das sind die Freunden des Alters, hallo? Hm. Haben doch nix mehr. Wir haben doch nix mehr im Alter. Lass uns doch dazwischen und saugen. Das ist ja geil. Okay. Beträgt der Zoom? Lässt dich denn auf gerade, ey? Jetzt sagt jemand, Junkrat ist OP, ey. Oh, was haben wir denn hier? Edlen... Oh, ein Champagner. Hm. Geil. Das ist ja ein cooles Geräusch, was die Champagnerflaschen machen. Wenn man auf sie schießt. Machen schön Plopp. Plopp, plopp, plopp. Schade. Es gibt keinen Dancebefehl. Ja, schade. Ja. Oh. Ja, du. Ja, du. McCree ist rechts oben. Ich bin da. Ja, du. Na, du wohnst mal hier hoch. Ja, ja. Ich werde dich vom Teil nehmen. Geht doch mal tot Ich ist tot Sehr schön Gut gemacht Sehr schön Ich mach hier Atom an nochmal schnell Hilfe, ich brauch Hilfe beim Geschütz Ah, scheiße Ist da jemand nach unten, ja Mein Geschütz ist gleich oben Ich komm gleich runter Der ist tot Super Leute Ich glaub die kommen hier oben Nice Rüstung Alter, hier ist Rüstung Was rennt da hinten rum? So wird der Maker Warum? Komm schon Ja Stimmt Oh Nein Nein, verdammt Danke Hä? Oh Fuck Alter Dieses Nachladen Echt Das kann auch wohl nicht wahr sein Ich hätte beinahe die May gekillt Ich hab Ulzi bereit Ach, scheiße Ich hab ihn nicht schnell genug gekriegt Der wurde Nee, ich pass an Der ist Und Symmetra hat innen drinne Äh, Türme gebaut Boah, ich brenne Ich seh grad, ich brenne Jetzt nicht mehr Ja, ich hab heute auch noch nicht so oft gebrannt Muss ich dazu sagen, ne Ich hab mir so aufgefallen Das ist zur Zeit echt schwerfällt Dass wir noch nicht brennen So Das ist einfach so nicht, weil wir mit der Gang Nicht die Gang spielen Wahrscheinlich Ja, ich find's auch allgemein Also teilweise einfacher alleine zu spielen Als Ähm Als im Team, ja Weil die Gegner dann auch meistens auch nicht so krass sind Dann, ja Und ich weiß gar nicht, warum der sich aufregt Kommt doch schon wieder ins Highlight Naja Der hat wahrscheinlich Angst gehabt, dass er nicht reinkommt Ja Haha Okay Ich bin Lucy Ich bin